Krampf! 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 Alter! Ich möchte meine Handinnenfläche nicht beschädigen, Freunde. Ah, danke Spiel! Ah, danke! Ah, danke Spiel! Oh Gott, Alter! Gibt es den Bowser-Stern? Depart. Ich brauche keine Ruiz. Die Regeln sind, wenn du verarscht willst, akzeptierst du's. Jetzt weiß ich auch, warum man hier nicht zurückspulen kann, damit man hier nicht rausfindet, dass die Würfel gezinkt sind. Aber in Mario Party 1 sind die wirklich gezinkt. Also, for real, for real. Ja. Ich nehme Mario. Now choose the two characters that control... Peach und Luigi. Ja, so viel Auswahl hat man jetzt auch nicht. Ja, genauso wie im zweiten Spiel halt. Das entscheiden. DK, Peach, Yoshi, Mario, Luigi, Mario, DK, Peach, Yoshi... Ich würde sagen Mario. Da muss man zum Gipfel. Gar nix machen, richtig. Nee, da muss man zum Gipfel und da muss man Glück haben, dass da tot ist. Wenn da gerade Bowser ist, dann zockt er eben 40 Münzen ab. Jaha! Ist ja wieder Mario-Film! Nee, was? Die Musik ist super. Wenn es eine Sache besser ist, weil Mario Party 1 ist die Musik. Ja, ist ja klar. Ich hätte es nicht wieder spielen gehen. Der wüsste es alle. Jetzt wirft erst mal wer dran ist. Oh, Scheiße. Hehehe! Fängt ja schon mal super an. Ja, finde ich schon. Ich bin Erster, aber ich meine, ich kann mich nicht beschweren. Guck, jetzt haben wir getauscht! Letztes Mal, als wir Wampferde 2 gespielt haben, war es genau andersrum. Hehehe. Das Problem ist aber, in dem Spiel ist das richtig scheiße, Letzter zu sein. Weil du kannst halt nicht auf die anderen reagieren, weil es gibt halt keine Items. Ne, ist doch gut, Erster zu sein hier im Spiel, oder nicht? Ja, Letzter ist schon. Ja, weil du kannst ja nicht mal auf die anderen reagieren, indem du irgendwie mit Items trafierst, weil es gibt keine Items. Was spielen wir denn? Ich bin ein bisschen so entspannt hier. Shell Game. Oh, das ist dieses Strolling-Spiel? Was ist das? Ach ne, da musst du dir die Kiste merken. Oh nein, nicht das. Was geht schon los? Ey, ihr seid so lustig, ne? Ich habe es mir gemerkt. Ja. Junge, die sind so lustig. Das war echt schwer, muss ich sagen. Ich fand es ziemlich easy. Junge, warum war das so still auf einmal? Es gibt noch so eine andere Variation, wo die dann nochmal switchen, zwischendurch. Oha. Hier haben sie sich ja jetzt nur im Kreis gedreht. Figur wie Mari geguckt hat, so richtig ashamed. Hehehe. Ich liebe dieses polygonische Kleid. Sechseck-Kleid. Hehehe. Hehehe. So, Spiele bitte jetzt nicht verarschen. Mario. Diese Models, ey. Hehehe. 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 Running of the Bulba. Running of the Amogus. Oh. Oh. light bulb dinge ins ziel bringen und die geister schlagen weil der mit der uns aber auch catchen der geistern ja weil der mit der glühlampe der schlag mich 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 ich bin wichtiger als genug ich mag das minigame nicht es ist zwar ikonisch aber ich mag es nicht ich liebe dieses spiel einfach nur vom scham her es ist einfach so dumm jetzt wird sich auch sparen bau balls mario bandstand bandgames schon wieder ich glaube da muss man nur a drücken ja a play du musst also mich gegen euch ach so ich glaube ich muss irgendwas sparen und ihr müsst mir nachmachen na gut du musst das da machen was da du musst da glaube ich mal richtig ich habe ich habe perfekt ich habe aber gesehen du musst einfach nur ne hammer erwischt ja und ich krieg gar nichts alle außer mich mario is ashamed ich habe vielleicht eine note verpasst ja ich habe sonst alles perfekt ins hoffen labernöse ich bin reich kein wunder warum hier alle sachen so teuer sind damals ich bin so reich jetzt wo geht es jetzt um geist ja was willst du denn dort niemand hat einen stern und ich will mir geld klauen und alter ich bin fast auf charme 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 ja toll da 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 bum 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 skateball das gehörte auch zum n64 wir spielen auf der originalen hardware ready go hörner hörner ho joh joh ich sehe das doch nicht alter ich Ja! Das ist so ein F**** Spiel, Alter! Ja, Junge, ich kenn' das Spielwoch nicht! Nein! Nein, 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 nein! Das ist unfair! Ihr seid zu dir. Das ist alles! Krampf, krampf, krampf! Krampf! Doch! Lava! Sittertaktik gemacht! Ich hab nicht mal den Geldsack eingesackt! Jaaa! Ich hab eine fucking Zittertaktik gemacht, dass du schneller warst. Zittermisch! Wow! Ich würfel nur so wenig. Jetzt kauf mir Peach halt meine ganzen Münzen, ne? Ja. Oh nein, ich lande doch Bowser. Was muss ich machen? A drücken? Gar nix. Gar nix. Ich kann nichts dagegen tun. Oh. Pfff. 3. Oh nein Bowser. Oh nein, bitte mach keine F*** jetzt. Klaue Geld und gute Nils. D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Starsteel! Starsteel! Bash'n... Bash'n... Ah, wir müssen sie jetzt verprügeln, und dann... Play'n Minigame. Dann verliert sie so viel Münzen, die wir hier abzocken. Das ist geil. Schau mal hier. Wie Peach aussieht. Wir können nur zuschlagen. Wie Peach aussieht. Mike, das ist einfach Boset. Das ist Boset. Ich renne weg. Ich möchte damit nichts zu tun haben. So, Peach, du wirst jetzt all deine Kohle verlieren. So, Boset. Das war eigentlich ein lustiges Video. Oh, nein. Ja, ne. 5 weg. 10 weg. Alter, du bist so gut. Ich hab' sie noch nicht einmal hitten können. Hä? 15 weg. Alter, ich hab' mich ein Geld sagt. Ich bin so sch***. Wir kriegen auch nix. Das geht alles an Boset. 20 weg. Komm. Und. Ja, schade. 24 weg. Yes. Ich kann das Spiel überhaupt nicht. Sie hat ihr halbes Geld verloren. Verdient. Einfach nur weil sie peaches. 25 am Bowser. Ich werd' dich ja kidnappen. Aber weißt du was? 25 Cent lieb' ich lieber an. Tschüssi. Ja. Das Ding ist, wenn jemand 1 oder 10 würfelt, das ist 100% Scam vom Spiel. Ja. Jetzt pass auf 4. Du kannst eh nur maximal 10 Münzen ihr klauen. 5. Maximal 10 Münzen ihr klauen. 5. Maximal 10 Münzen ihr klauen. 5. 5. Overview. Ah ne. B-Map. Ich gucke wie du aussiehst. 3. 4. 5. 6. 7. Ja, das geht klar. Leider kein Minikin. Aber wir kämpfen gegen Pitch. Um ihm noch mehr Geld abzukrabbeln. Paddle-Battle. Paddle-Battle. Oh, das ist... Aber ich glaube da ist der Singleplayer im Vorteil, oder? Ah ne. Habe ich noch nie gespielt. Oh, rotate. Wir müssen in die Richtung drehen. Ist egal in welcher Richtung. Naja. Wir müssen gemeinsam in eine Richtung gehen. Und wir müssen gegen sie. Das heißt, sie muss die ganze Zeit gegen die Shy Guys gehen. Und wir dürfen nicht gegen die Shy Guys. Wir dürfen nicht gegen die Shy... Junge, ich mach doch. Ich dreh mit der Hand in die Fläche. Was muss ich denn machen? Ach, drehen! Ach so! Ich wusste nicht, dass wir drehen müssen. Dann war es meine Schuld, sorry. Okay, mit dem Hand-Innenfläche! Ah, nein! Ich geh Blasen davon! Och, ja! Nintendo, was wollt ihr jetzt? Ich verklage euch, Nintendo, ich bin nur Handschuhe, jetzt sofort! Alter! Oh nein, mal komm! Der ganze Geld! Mit dem Krankenhaus geht das war's mir Winner. Fünfzehn, Alter. Sie hat nix mehr. Tja, Miete zahlt sie nicht von alleine, ne? Wenn man so'n großes Schloss hat. Ach, neulich seht der Stern? Ja, du musst halt zum Tower. Und dann ist da oben tot. Und da kriegst du einen Stern. Aber wenn du einen Stern gekauft hast, kommt da Bowser hin. Ich möchte ein Item. Oder noch mehr Geld. Was für Items? Bin mal nicht so. Sehr sozial. Ja, oder? Die zwei Groschen. Okay, ich hatt von dir klauen sollen. Paddle Power, hört sich lustig an. Oh nein. Oh, das ist superschwer. Das hört sich lustig an. Du darfst halt nicht zu krass machen. Flappy Birds! Ja, ist es wirklich basically Flappy Birds. Du darfst halt nicht übertreiben, weil wenn... Wenn du zu krass machst, dann fällst du um und hast verkackt. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Boah. Das ist extrem schwer. Habe ich da für ein Zeitlimit? Ja. Du musst noch im Zeitlimit das Ziel erreichen. Hä? Wieso? Ich dachte, ich kann mich von alleine bewegen. Der bewegt sich immer nur, wenn die springen. Ist ja mega dumm. Ja. Ach, und ich verliere sogar noch Geld. Ach stimmt, das ist ja auch in dem Team. Der Blick von Luigi. Wenn man Minigame verliert, verliert man Geld. Ja. 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 Es ist klar. Bowser ist jetzt da, ne? Waaah. Hier rumtanzen. Ich habe auf einmal Angst. Ja, und jetzt wirfe ich natürlich hoch. Zeig mal. Und zwei, drei weit nochmal würfen. Auf keinen Fall. Wieso nicht? Ja, weil Bowser vorne ist. Komm aufs rote, aufs rote. Du wolltest aufs rote, gibst du. Du wolltest mit Peach zusammen kämpfen. Gegen Bowlover. Ne. Muss man da drehen oder schnell drücken? Bist du ge- ah, ne. Ich gucke dir die Figur an. Guck dir die Figur an. Bebe. Diese Luigi-Figur. Dieser Yoshi-Sitsu hat so übersicht. Dann gibst du mal Gary Smart, diese Luigi-Figur. Ja, und ich bin natürlich ganz vorne. Ja, und ich bin natürlich ganz vorne. Wieso kann ich hier schon Hütte, was bringt mir das? Okay. Na gut, dann nehmen wir Luigi. Was das jetzt für Mario heißt, was hier auf ihn geht, weiß ich jetzt nicht. Äh, besser so, würd ich mal sagen. Ja, dann nub ich schon mal raus. Da braucht er ihm halt Geld. Achso! Das ist ja gar nicht Mario Party 2. Ja. Aber mit 2 kannst du das doch ewig lang machen. 19? Kriegt man irgendwie ein Drittel von dem? Die Bilder! Alter. Kann jetzt bitte jemand auf Fragezeichen landen, ey? Auf Fragezeichen! Was denn? Nein! Das Spiel hat das gewollt! Ich kann das nicht entscheiden! Nein! Stern! 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 Mike, ich will mal nicht so sein. Du warst nie zu mir, deshalb werde ich in diesem Game nix machen. Witz ist es das Seil-Spiel. Nein! Das ist das! Oder, machen wir es fair, ich gebe dir einen Schlag, dass ich auf der sicheren Seite bin. Ich kann an, ich meine es nicht nur. Wenn alle nix machen, dann zieht er einfach von jedem 15 Münzen ab. Also ich gebe dir einen Schlag, aber mehr nicht. Du gibst mir keinen Schlag! Kein Buch! Ich will raus! Ich will raus! Nein! Du musst raus! Ich muss raus! Nein! Nein! Keins von mir! Keinen einzigen Sack! Ihr Säcke! Nein! Nein! Ich kann nicht springen, Mann! Ich kann nicht springen! Bro, ist klar! Ich bin hinter die anderen. Ich bleibe die ganze Zeit über euch! Mein ganzes Geld ist halt schon weg! Hä? Ich springe doch! Nein! 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 will nicht das spiel verarscht mich jetzt und jetzt ruf ich mit zehn oder so mit sie das ist machen party 1 natürlich verarscht ich das spiel was hat das spiel gegen mich was habe ich dem spiel getan ich glaube ich noch nie gesehen hätte es nicht da musst du so das ist das gegenteil von rackamore muss halt ausweichen oder eine das ist wirklich okay habe ich zwar wechseln mit dem anderen alter kraft also ich habe das letzte von domtendo voll oft gesehen aber kein einziges mal kam das dran doch eigentlich schon hast du es vielleicht vergessen hier kann man einmal ja es kam einmal vor das weiß ich jetzt ich habe es für mich gut an der einste für den mpc ja der rennt überhaupt nicht das ist so langsam was ist sprinten ja schon krassig schmeckt auf jeden wollen mein geld was das für eine victory pause hat einfach nur die beiden fäuste vor sich wie meinen boxen oder was jetzt der blick mario denkt sich ja ja jetzt kein zwei 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 es war so klar er zieht mir jetzt all mein geld auf hey möchtest du nicht den fetten ring kaufen eine andere spiel die mario guckt und dann fällt es einfach runter aber da gibt dir geld naja kriege ich immer in zehn zurückerstattet immerhin das hatte nur 30 gekostet alle gegen mich nein ich möchte meine hand innenfläche nicht beschädigen wollen das ist ja wie bei vollgeist hier so viel abwechslung ich weiß ja nicht in welche richtung ich drehen muss nur ist glaube ich egal hauptsache drehen ich drehe mal in die andere richtung wer war da soll ich das ja komm digger eh man ich mach doch leg mich die sind so schmerz alter meine hand innenfläche aber die rüste schon so rot das ist vertrug man einfach noch nicht schmerz die an pcs man alter junge mein controller wieder aussieht gerade alter so worn off junge alter ich hab einen roten stempel in meiner haut alter junge also so krass hab ich auch nicht übertrieben ne ist schon wieder weg einmal drüber gestrichen aber ich hab mich gerade so angestrengt alter die sind solche lappen im team die können gar nicht planen die sind auf normen was erwartest du komm wir auf fragezeichen ey was ist das doch nicht jetzt müssen sich hier alle einen stern abholen außer ich oder wat was war denn das grad für ein menü eigentlich das kenn ich gar nicht bei den tippe 60 mit sie ja das menü gerade das kenn ich gar nicht von den tippe 64 das ist neu ja muss ein neuer patch sein irgendwie ne bamba balls ja bamba balls ist natürlich lustig aber ich weiß nicht was das ist kennste doch der sch*** dir der immer ein draw ist der 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 ich finde die belle hier viel cooler sind wir nicht im team nö jeder gegen jen ok wenn das so ist mit sie 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 Juki, wir werden jetzt hier 40 Sekunden abfahren. Das ist so sch**, dass man irgendwie kein Dash oder so hat. Ja, for real. Du kannst jetzt gar nicht taktieren so. Guck mal, ich mein, das bringt halt nischt. Das ist Garz und Maus, alter. Komm! Dig, was wird das? Komm! Ja, wow! Gezeichnet! Zeichnen! Zeichnen! Malen! Malen! Im Game ist es... Ja! Wo gehe ich jetzt wohl hin? Ah ne, warte, das war jetzt nicht gut, weil wenn ich verliere, verliere ich 5 Cent. Lockberg. Locklock. Wer ist da? Oder musst du die Boxen zerschlagen? Mit deiner fetten Nase. Kannst du auch in der Luft schlagen, ne? Ja, das war kacke, glaube ich. Ja, das war kacke. Ja, die Variation ist durchaus sch**. Locklock. Ach, das killt mich! Ja. Das wusste ich nicht. Trash Game! Oh nein! Oh, guck mal, wer da leiden muss! Digga, jetzt kriegst du den gleichen Stern, ne? Da sieht man sich schon wieder Prinzessin! Peaches, 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 Peaches! Ciao! Das kriegst du meinen Stern nicht. Das ist nicht worth it. Nicht mal den Stern kriegt sie. Alter, aber trotzdem 10 Cent. Ja! Oh, Mann. Memory! Ne. Teetering Towers. Was ist das? Das ist das mit der ultrabeschissenen Perspektive. Oh, das ist cool! Das sieht cool aus, mein ich. Aber es hat so ne kack Perspektive. Boah, crispy Grafik, ey. Das ist doch so sch... Ja. Man springt so komisch. Na? Ja, ich seh's ein bisschen. Das fühlt sich richtig komisch an beim Spielen. Boah, das sah echt müh aus. Frau! Dame! Oh, Luigi ist aber auch schnell unterwegs, so. Du nicht! Ich nicht. Box Mountain Mayhem. Muss man da rennen? Ich glaub, da muss man die Kisten aufsammeln oder zerschlagen. Ja, genau das. Das ist ne 3DS! Kann auch ein Hip-Drop, alter. Das ist ne f***ige Stampfattacke. Keine... Soll man hier nicht einfach abwarten, bis die Dinger runterrollen zu einem? Ne. Ah ne, das war ein anderes Level. Ne, guck! Das meinte ich! Du hast mich verarscht! Das war das Level! Manche von denen springen. Oh, schon wieder! Alter, ich hab richtig viel Kohle gemacht. Ich hab 15 Cent oder so. Ich hab 15 Cent oder so. Mindestens 15. 22! Yeah! Ich hab richtig aufgemacht. 69, nice! Okay! Oh nein! Nein, 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 nein! Ja! Luigi! Yes, 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 yes! Und jetzt kommt Luigi! Oh, Wolfe! Aber wer hat 69 Münzen? Er braucht mehr Geld! Ah! 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 Ey! Immer wenn wir zusammen spielen, ist das Spiel immer für mich! Bowser Balloon Burst! Hast du gesehen, wie der Fall so ganz schnell nach unten gegangen ist? Als hätte er es selber ausgesucht! Everyone who loses loses 20 Coins! Was ist das? Was? Everybody wants to be number one. If you're not number one, your coins will get taken. A-B, 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 A-B... Okay. Immer schön durchziehen. Ne, man kann auch Z. Ja, Z kann man auch, aber ich mach A-B. Hab's ein bisschen verstanden. Immer schön im Rhythmus oder so. Ich verliere es. Ja. Ich war aber Zweiter. Glaube ich. Das war wichtig. Junge, dieser Viereck in seine Hand. Ja, ich egal. Ich bin reich, Junge. Werden juckt's? Junge Pisch 2. Wenn die sind Bronzen. Wenn die sind Bronzen. Wenn die sind Bronzen. Was hast du vor? Pfff! Scheiße, nein! Oh, nun! Junge, das ist auch trash. Jetzt darf ich nächste Runde gar nichts machen, Alter. Coin, Shower, Flower. Aber du kannst Geld sammeln. Ah, das ist jetzt hier im Vorteil. Was ist das? Das kenn ich gar nicht. Oder? Doch. Bewegen. Für uns einfach nur bewegen, ne? Ja. Okay. Einfach nur das sammeln, was der obere Typ nicht eingesammelt hat. Okay. Ja. Ja, wow! Aber ihr seid doch in meiner Nähe jetzt. Junge, geile Perspektive vor allem. Junge, das ist so schlecht. Das funktioniert nicht. Das ist kein 3D, äh, äh, äh. Keine 3D-Ebene. Ja, Luigi ist jetzt auch nichts runter. Hallo! Wenn du da der Singleplayer bist, haben die CFOs und die anderen keine Chance. Ich hab, ich hab dafür immer das meiste. Vielleicht zwei Münzen oder so. Ich hab mehr. Ich hab vier oder so. Drei. Wir haben beide drei. Luigi 24, jawoll. Sehr gebalanced, das Spiel. Ja klar, was sagtest du denn? Ups. Oh, oh, oh. Ah, danke Spiel. Ah, danke. Ah, danke Spiel. Oh Gott, Alter. Gibt es denn Bowser-Stern? Ne, es gibt Minispiel, Fragezeichen und... Ich drück doch A. Ja, Junge. Scheißtein! Ey, komm, mach keinen Scheiß jetzt. Hihihi. Ist es die Musik? Ja, natürlich werde ich schon sofort abgebildet, das ist klar. Ist das so? Oh, ich glaub ich kein Problem mit. Ja, alles okay. Bestmöglich davon gekommen, um ehrlich zu sein. Ich bin sowieso reich. So lange ich genug Geld habe für den Stern ist mir egal. Luigi hat er zum Sterben, ne? Wo das Bowser vorne? Ne, ich glaub du ihn. Ich glaub Todes vorne. Scheiße. Dann kriegst du nächste Runde Geld abgezockt. Nein. Oder diese Runde sogar nicht. Nein. Ne, nächste Runde, nächste Runde erst. Also es besteht noch eine Chance, dass jemand von unserer Fragezeichen landet. Warum zeigt er seine Polygon in die Kamera? Die sind nicht schön. Schaut mal, wie schön eckig ich bin. Eckiger als Minecraft-Stil. I don't look like the Dirtflug. Ja, Jogi, der Bonze. Rich people disgust me. Mario muss uns mal sch*** essen. Er hat es schlecht gegessen. Er war bei Asiaten. Taco War. Taco War. Taco. Taco. Okay, wir gegen dich. Ja, geil. Das kann ja nix werden, Digga. Witz seh. Es wird Zeit für ein paar Schmerzen. Bin ich so gut im Drehen, selbst mit Hand in der Fläche. Ja. Nein. Nein. Nein, ich gebe auf, ich gebe drauf. Nein, warte, 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 warte. Spiel. Hilfe, viel,ış. Fried, flieb, exhil. Ich gebe auf. Nein, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich habe keine Kraft mehr. Nein! 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 Alter, eine Sekunde! Alter, Junge, ich kann nicht mehr. Hä? Was ist mit der Musik los? Wie steht denn einfach alles so rum, so gruselig? Alter, ne. Ich frag mich, was passieren wird. Ja, der zockt dir ein bisschen Money ab. Der gibt dir nicht mal den Setstar. Ich krieg jetzt zumindest 10 Münzen, das ist egal, Alter. Das Ding ist, ich war vom letzten Mal noch so exhausted, ich konnte nicht mehr. Ich konnte wirklich nicht mehr. Ich hab am Ende aufgegeben. Ich hab gedacht, ich kommst nur noch ein paar Sekunden, vielleicht überlebe ich's. Ich konnte wirklich nicht mehr. Ich hab alle... Al... Gut, ich schieb mir... Ich schieb mir ja scheinbar selber ein 10er Stuhl. Schatz ein! Ah, Mann! Ah, Mann! Ah, Mann! Okay. Wie letzte Spende! Peach, du weißt schon, dass der Pfeil nach rechts zeigen muss, ne? Ist ja nicht so, dass der Penner schon genug Geld hat, Alter. Junge, der save den Münzstern. Ach nee, was? Bro. Digger. Warum geht ihr nicht zum Bubu? Ach so, weil er den Stern hat. Ich bin so dumm. Warum kann ich auch... Willst du nicht so Bowser? Nö, nö. Ich will zum... jedem Geist. Ich will zum Luigi bestehlen. Clown? Ausleihen. Balloon Burst. Balloon Boy. Das ist das gleiche wie eben. Oh, Junge, ich kann das nicht. Wieder A, B, A, B. Okay, ich will jetzt auch A, B, so wie du. Oh. Nee, du hast es... Alter, das ist richtig cool. Wie machst du das? Spamst du? Nee, immer im Rhythmus. Immer schön durchziehen. Also immer bis es blinkt halt. Ich mach halt schnell, aber ich spame nicht. Bin ich überhaupt. Ich weiß gar nicht. So am Anfang. Ach so. Alter, das... Oh Gott. Ah, selbst wenn sie mir jetzt Geld klaut, was sie nicht macht. Aber selbst wenn, hätte ich noch genug. Warte mal kurz. Welche Runde haben wir? Scheinbar noch nicht die Hälfte. Runde 12. Oh doch. Ey, komm, muss das jetzt noch sein? Ey, was ist denn hier los? Warum so viele Bowserfelder? Das ist ja wie ein... Oh, das ist... Guck mal, das ist cool. Das mag ich. Das ist cool. Das war... Nein. Ich hab sowieso kein Geld. Das ist voll cool, das Minigame. Ich liebe es. Das gibt's doch nicht. Guck mal, unsere Hände. Undo? Okay. Guck mal, alle so weiße Hände. Ich so... Alter. Okay, 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 okay. Das ist einfach. Ah, das ist... Ich kann das richtig gut das geben. Hä? Ich kann nicht bewegen. Oha. Ist das wohl irgendwas? Das war's doch. Mehr ist doch nicht. Oder? Das sieht gut aus. Ich lass es mal. Mir fällt nichts mehr ein. Das ist doch fertig. Keine Ahnung. Yes. Ja, lol. Oh, oh, oh Gott sei Dank. Hä, wenn wir... Hä, wieso, ich dachte... Ich hatte 99 Prozent, hast du gesehen? Hä? Was? Was? Okay, sie kriegt... Geld. Verdammt, okay. Nee, sie kriegt eben kein Geld. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Alter. Mir zieht richtig an. Sie braucht unbedingt den Stern. Das war ja super wichtig gerade. Zwei. 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 Oh. Nein. Ah, schade. Oh, Bruder. Ich glaube, er hat das schöne glitzernde Ding. Schnell, drück A, damit er nur einen halben Stern bekommt. Ich hab das früher gedacht. Na, 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 na. Oh, schön fünf Hulli-Golden diesmal. Das ist so fünf. Ich dachte jetzt, ich lunge wieder auf Pause. Alle gegen die Olle, die kein Geld hat. Bowl-Bowl-Over-Girl. Oh, das ist kacke. Das ist richtig scheiße. Oh nein, das ist das, was ich denke, was... Ja. Es ist das. Drück mal nach links oder rechts ganz schnell. Mario Jumpscare. Warte, mir zieht... Warte, final of the fernies. Warte, final of the fernies. Geil. Wünsig sagt nur eins. Wenn du getroffen wirst, wäre ich auch getroffen. Und andersrum. Also, ich komme zu dir. Ich kann nicht... Alter. Das ist so ein Rotzspiel, ey. Weißt du, erst kriegt sie von Pause das ganze Welt weggenommen. Und dann nimmt sie es von uns einfach. Ich habe den Blick. Ja, ich bin sowieso pleite. Ja, alles klar, Spiel. Danke, Spiel. Was soll das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, rotes Feld. Ja, gerne. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, nee, Alter. Leck mich. Jetzt müssen wir uns die Scheiße wiedergeben hier. Ghost Guest. Ground Pound. Ground Pound. Oh, was ein kreativer Name. Das ist das, was du ein Minigame nennst. Renn. Oder Jump. Was ist das? Ach, das ist das? Kein, ja, kein Fußball. Also, wenn ich das verliere, dann schau ich ein Jahr lang. Wirklich einfach. Das war so. Man sieht es einfach, irgendwie. Das ist so sch... Komm, wenn Luigi das jetzt verkackt, dann kriegt er kein Jahr keinen Fußball und er hat sich eingeschworen. Vielleicht ist Luigi ja einfach mal so friss, vielleicht steht er drauf. Kein Jahr keinen Fußball? Alter, das könnte ich nicht. Junge, der verkackt es wirklich. Das ist so einfach. Ey, Digga, man sieht das halt einfach. Das ist halt so. Warum Luigi oben rechts, oben rechts, nein, nicht unten rechts, rechts. Nein, warum hilfst du ihm nicht helfen? Ach, Mützi. Warum hilfst du ihm? Der Breakdance. Er ist halt mein Bro. Nee. Ich möchte keinen Dreh-Minigame heute mehr haben. Einmal reicht. Boah, wie die 1164 manchmal lag, ne? Wegen der neuen Online-Mod. Keep the way. Ah, ich glaube, da müssen wir wieder zusammenarbeiten. Ach, Junge, das ist ein 5-Sekunden-Minigame, Junge. Komm, brauchst du keine Controls. Also, wenn du das verkacken, ne? Dann schau ich ein Jahr keinen Fußball und ich schwöre es mir ein. Ich schaue sowieso keinen Fußball, aber trotzdem schaue es nicht. Das ist so einfach, ey. Guck dir das an. Guck, einfach draus springen, das war's. Ja, geh weg. Da, siehst du. Wie viel kostet das? Drei, vier? Wie viele Sekunden waren das? Wie vier Sekunden? Drei, vier? Oh, geil. Crispy-Texturen. Oh, geil. Geil. Ich will den Ausrufezeichen-Blockbänden. Äh, ich will die Pokerchips. Oh, du wolltest mir alle Ärztes erzählen, dass das nur 40 Münzen waren. Ist klar. Hm. Ja, also. Das war ja nur der, 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 der Plastik-Schatz, den Cartmiller wieder ausgeschissen hat. Plastik. Ich habe sowieso kein Geld. Okay, wir beide sind im Team gegen das, äh, gegen euch beide. Spiel machen Rack-Zack hier. Ja. Ja, genau. Spiel will sicherstellen, dass du nicht auf Rotland bist. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Ist egal. Ist wirklich egal. Ich habe es nicht gemacht. Desert Dash. Dessert. Wir essen jetzt. Dessert Dash. Ach nee, das ist ein Trash-Game. Links und rechts. Immer gleichzeitig. Wer ist im Team mit wem? Äh, ach nee, wir sind mit den CPUs, oder? Warum seid ihr schneller, warum seid ihr schneller, warum seid ihr schneller, als irgendwer? Alter, wieso? Geh doch hoch, man. Ja, was soll ich machen, wenn Piet so schlecht ist, Alter. Das Spiel will, ist krass, richtig hart bei mir am Sacken, Alter. Ja, wie gesagt, ich habe kein Geld. Der Typ hat 104. Ey, hoffentlich kommt nicht mit dem Geist. Ich möchte, dass du Runde 5 jetzt mit Runde 15 vergleichst. Ist das Runde 15? Ich glaube schon. Ja. Ja. Vergleich mal Runde 5 mit Runde 15 bei mir. Bei mir gab es eine YouTube-Controversy, ich bin von einem Millionen Abos auf 100.000 runtergegangen. Oh, oh. FNF-Mod. Ja, was soll das? Willst du jetzt euch gewinnen, oder nicht? Ah! Wieso? Luigi könnte auch noch dran flanken. Wenn er hoch würfelt, wenn er das Spiel sagt, 10. Ja, 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 mein Gott. Mein Gott. Ja! Guck mal, wie tot sich freut. Komm, wirst du auch, wollen wir das in so 5 schaffen. Ich will dieses Spiel richtig machen. Warte, hier, Dirk. Stopp. Ah, danke. Okay, sehr wenig. Das hat sowieso nichts. Ich wollte einfach noch nicht dabei sein. Ich will das. Irgendwie beide umkippen. I am dead. Bestmöglicher Ausgang. Warum wieder alle gegen sie? Pipemail, Pipemail. Wer? Wenn die mir die Scheiße jetzt vor der Nase wegschnappen, ey. Das wird 100 pro passieren, Mann. Was muss er nochmal drücken? Ah, okay. Einfach nur Ausgang. Das kann ich. Luigi. Ja gut, ich hab kein Geld. Warum sollt ihr auf mich gehen? Sie kriegt dann ein Drittel, glaube ich, wenn sie das schafft. Das schafft sie sogar. Du, der kann sich gar nicht wehren. Das ist... Alter. Hast du gesehen? Das ist von 100 auf 70 gegangen. Das ist nicht ein Drittel, das ist bestimmt ein Viertel oder so. Alter. Alter Schwede, ey. Krank. Scheiße. So, jetzt will ich mal verkünden, wer hier cheatet. Also natürlich wir, aber ich will nur verkünden, wer noch cheatet unter euch. Das ist auf der 1, so wie es sich gehört. Natürlich ist es Luigi. So, und weil Luigi cheatet, helfen wir ihm nochmal. Und den wird er natürlich ausmachen. Wow. Ich brauch Geld. Tja, Mario. Wie fühlt sich das an? Aber Luigi könnte immer noch drauf landen, ne? Luigi, wenn du jetzt keine verf***ten Ruhezahl würdest, trete ich dir in die Eier. Ja, aber die hat doch... Was hat er denn mit Luigi? Ja. Was hat er gesagt? Yay, Peach has got it. Achso. Oder wie ich früher verstanden habe, yay, Mary Poppins. Ich habe verstanden, yay, das ist Gotham. Warum sind wir zu Gotham City? Ja. Komm, Luigi. Drei. Drei. Ey. Wie viel denn noch von diesem Kack-Wirr, Alter? Luigi, wag es nicht. Lass mich einfach aus dem Schneider aus. Bro? Was hast du vor? W- Bro? Ich hab nichts. Junge, zweimal Stern-Transfer mit mir. Ich hab nichts, Leute. Wie oft noch... Es kann nur schade werden. Entweder ich lande auf Bowser, oder ich muss einmal in Geld blechen. Das Spiel hat dir geholfen. Du hast den Stern nicht erreicht. Ach nein. Nicht schon wieder. Junge, das kannst du viel zu gut. Du bist viel zu gut darin. Okay, ich mach jetzt aber das, was du gesagt hast. Immer im Abmaß. Also langsam. Guck wie schnell du bist, Alter. Ja, ist klar. Das ist einfach mein Game, ne? Die vier Ecken. Jo, äh, Bowser. Ich danke dir auf jeden Fall. Bist doch ein Ehren, Mann. Junge, ich hab doch sowieso schon nichts. Du trittst auf eine Leiche, Mann. Ja. Äh, ja. Tja, dann mach mal dein Skateboard bereit. Ich bin ein Pro Skater, Alter. Ich bin Kickbootos. Tony Hawk. Du musst A und B. Ja. Und wir müssen... Ah. Schnappen auf die Wolke. Schön die Piranha flittern. Komm schon, Piranha-Pflanze. Das ist richtig high-quality Wasser. Das ist, äh... Was ist das? Das ist, äh... Äh, das ist, das ist... Fanta. Ja, Fanta gefällt dir, ne? Schon ungesund. Ich weiß, das liebst du. Komm. Ja, komm. Nee, nee, äh... Ich mein, das ist Sprite. Das ist Sprite. Sprite. Ja, ja. Sehr, sehr... Oh, guck, 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 guck. Nein! 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 Ja! Bist du hingefallen? Ich verliere dich jetzt. Frau! Ja, Peach ist eine Frau, das stimmt. Fünf, denn das geht noch. Yay, fünf Münzen! Ich hab gerade noch genug für einen Stern, ich hab gerade so genug, Alter. Fünf Münzen, wuuu! Let's go, let's go! Ich kaufe mir jetzt einen Stern mit fünf Münzen. Let's go, let's go! Nein! Nein! Warum musst du so hoch würfeln? Hä, was denn? Ja, das Spiel entscheidet, was man würfelt, ich kann das nicht entscheiden, egal ob ich jetzt A drücke oder 20 Minuten A drücke. Krieg du hier den Stern? So, wohnst du jetzt das Spiel? Ich wünsche mir mein Geld 20, oh danke, Mann. Ich hab mein Geld einfach ver...vielfacht oder so. Ey, und der kriegt jetzt allen Ernstes den Stern umsonst. Memory-Match. Ja! Was ist das denn? Aha. Memory. Okay. Ja. Die Statuen sehen cool aus. Oder? Ja, die haben Style. Ja. Die haben was. Oh, die Musik ist lustig. Das ist eine richtige Trollmusik. Ja. Ja. Junge, entscheid dich! Ja, natürlich auch Bowser. Ist... Alter, die kann sich auch gar nicht entscheiden, ne? Ja. Pilz. Pilz oben rechts. Ja. Das gibt's dir noch. Oh mein Gott, wie spannend. Plötzlich schaffen. Oh mein Gott. Finish! Französisch! Ich weiß nicht, warum Finish immer Französisch ist. Finish ist doch finnländisch. Achso, ja. Finnland! Gott, nein. Luigi, bitte würfel eine Eins und dann 30 Münzen weg. Nein! Fündest du nicht, dass es bisschen dreist ist von dir, noch einen Stern zu verlangen? Junge, der kriegt den Stern umsonst, Alter. Dann zeigt uns noch seine Polygon. Ja, und ich darf wieder mein ganzes Geld abgeben. Was soll denn die Scheiße? Pfff! Und der kriegt jetzt nochmal 20! Ja. Wie gesagt, der kriegt den Stern umsonst. Boah. Ey, und wenn das noch bis zum Beruf schafft, dann war's das mit meinem Stern. Aber Münzi, du kriegst dein Geld wieder. Du verlierst sowieso gar nichts. Du musst den ganzen Weg neu latschen. Glücklicherweise. Aber Pete hätte die besten Chancen auf den Stern, ne? Ja. Und Luigi darf auf keinen Fall zum Büro kommen. Also ich brauche mein Geld auf den Büro. Das ist meine einzige Chance jetzt. Ganz viel zu gewinnen und ganz viel Geld noch irgendwie zu sammeln. Pfff! Castaways! Castaways! Was ist das denn? Was ist das denn? Hatten wir es nicht schon mal? Oh! Nein! Ich hasse das. Ich habe verloren. Kein Geld mehr für mich. Hoffnungslos. Nicht das. War das nicht super verbuggt? Also ein Superstars funktioniert das eigentlich? Es ist nicht verbuggt. Das ist einfach so eine dumme Steuerung. Doch, es ist verbuggt. Okay. Ich habe nicht mehr wirklich doll gemacht. Hä? Ich dreh doch. Achso, andere Richtung. Ja, hallo. Doch, doch. Hä? Ich mache nur ganz kurz. Und er macht trotzdem super weit. Kiste, 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 Kiste! Let's go! Ich hab was! Ich hab was! Ich hab was! Kommt her! Ja! Ja! Ich kann mal abwarten. Ich hab nicht so weit gemacht. Nein! Ich kann nur ganz weit. Ich weiß nicht, wie man kürzer macht. Ach komm schon! Ach shit. Ich habe eine Kiste. Ich bin froh. Oh! Ja, immerhin. Früher. Ich wollte nicht mal. Ich wollte nicht mal. Ja, ist vorbei jetzt. Ich versuche mal kurz. Alter, das schnappt. Schnappt die mir das? Wie mache ich denn kurz? Wie machen wir das? Finish! Nur ganz, ganz leicht. Finlindisch! Aber wie man mitmacht, habe ich keine Ahnung. 10 Münzen habe ich oder? Ich kann nur ganz weit oder ganz kurz. Ja! Let's go! Das ist gut. Das ist gut. Wie viel hast du? 31. Boah! Ich bin so müde, aber egal. Jetzt komm. Fragezeichen hat Luigi oder Peach? Ich denke eher Luigi und dann habe ich verloren. Auf gut Glück! Oh Gott sei Dank. Das habe ich wirklich gebraucht. Kann man die Schultertaste noch drücken, damit du die ganze Zeit spammt? Ich habe das Geld für Boo! Oh oh. Man kann nicht hupen. Bad game. Schlechtes Game Design. Wie komm ich jetzt zum Boo so schnell? Es gibt ja keinen Pilz auf dieser Map. Es gibt gar keine Items auf dieser Map. Und hat das Spiel generell keine Items. Es gibt keine Items in dem Spiel. Alter, oha. Weil du dann nicht mal auf die anderen reagieren kannst mit Items. Das muss man hier machen als anderer Spieler. Was muss ich hier machen jetzt? Einfach nur im Rhythmus. Kann ich aussehen? Einfach nur die Noten schaffen. Die, 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 die. Trompete passt perfekt zu mir. Dann wieder mal Geige. Das sind blaue Outlines. We just got the letter. We just got the letter. Ich habe das erste Mal nicht getroffen. Heff verloren. Da, danke Leck. Ja. Ja, hallo. Ich habe alles aus das erste Mal. Komm, ich habe perfekt gespielt. Ja, weil ich das erste Mal nicht getroffen habe. Gut so. Gut so. Eins, zwei, drei, vier. Ich müsste eine 6 Würfel nächste Runde, damit ich einen Buhu erwische. Alter, ich habe gerade Ultraschiss. Ich habe gerade Ultraschiss. Ich weiß auch nicht von wem ich nehme, aber ich überlegs mir gleich. Wovor hast du Schiss? Dass Luigi da noch umkommt. Oh, kommst nicht zum Buhu. Noch nicht. Nein. Komm. Ach, Wützi. Warum denn immer diesen Scheiß, Mann? Ich mach mich aus dem Schneider. Nein, nein, komm. Ihr habt alles, alles gut. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Wützi. Wützi, du bist mein Frame, mein Main Subject jetzt. Sie hat einen Stern? Ja. Wützi, du weißt, wer mich jetzt glauben muss. Was? Das spielt in den Spielregeln. Immer von Platz 1 klauen. Wieso Luigi klauen? Was habe ich denn davon? Musik. Oh nein, das ist doch dieses... Was war das? Oh, das ist doch dieses Reise nach Jerusalem, oder? Ja? Oh, das ist cool. Nee, das ist nicht. Also im Realive ist es cool, aber hier nicht. Oder in Minecraft ist es cool. Geht man sich hier automatisch? Ja. Ich hab einfach schon die Richtung gedrückt. Alter! Das war so wichtig! Das war so fucking wichtig! Zum einen Spielstern müsste jetzt meiner sein und ich hab, wenn ich's noch zum Geist schaffe, hab ich Geld. Aber du würdest nicht von dem armen kleinen Jochi klauen, oder? Da schaffst du es sowieso nicht zum Sternen. Schau! Doch! Ja! Let's go! Let's go! Schon aufgegeben, wenn er nicht. Also, Mützi. Was meinst du? Wem soll ich klauen? Deinem armen kleinen Bruder? Oder dir? Ich würd sagen Luigi, weil der hat Angst vor Geistern, da kriegst du den Stern zu 100% und Luigi hat den eigener Stern. Das ist letzte Runde, niemand kommt mehr zu nem Stern. Heheheh! Heheheh! Heheheheh! 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 Dreck schon der Arme, schlägst keinen! Oh! Ja! Zu spät! Ich musste logisch denken! Es tut mir leid! Dann hast du sowieso nur eine Chance-Time bekommen, ja? Dass du meine Zinsen nie wieder zurückbekommen, ja? Nein! Alles gut! Sie kriegt nen Stern, sie kriegt den... Ich glaub, Peach hat den jetzt. Sie hat den Fragezeichen Sternsave. Pass auf 10. Ich... Ja! Ist der dumm? Ist der dumm? Hä? Ist der komplett verblüht? Witzi, es ist offensichtlich, wenn du klaren musst. Ich hab kein Geld, ich kann sowieso nicht gewinnen. Ja, gut, danke. Immerhin logisch. Selbst bei nem Gleichstand hätte Luigi so oder so mehr Geld. Als ob der zwei Sterne bekommt. Das ist gewonnen. Cash und Cash. Schon wieder. Wer ist Bowser? Peach, okay. Wir können Peach noch richtig viel Geld jetzt abzocken. Und was gut machen. Wie viel gehört sie denn? Ne Menge. Oh nein, Bowser hat Runde 2. Und... Ah... Oh, ich will den Sack, ich will den Sack, ich will den Sack, ich will den Sack, ich will den Sack. Ey, das war mein Sack. Bro, bro, Alter, der ist wiederbekommen, Alter. Dass das überhaupt geht, wusste ich gar nicht. Das wird auch was auch übrig, Alter. Das wird auch was übrig. Alter, der ist diszipliert. Der ist diszipliert. Ich hab nicht einmal getroffen, hab nicht irgendetwas bekommen. Oh nein! Den Mario... Ja, der ist gewonnen. So offensichtlich. Ja. Sollte eigentlich... Selbst wenn ich jetzt irgendeinen Bonus-Stern bekomme, habe ich verloren. 4 Sternen sollte eigentlich auf meiner Seite sein. GAMESTER PEACH! GAMESTER PEACH! Was? Hä? LUIGI! Nein... Luigi und PEACH! Dankespiel! Luigi hat einfach gewonnen. Ich war mir so sicher mit dem Spielstern. Ich war mir so sicher mit dem Spielstern. Der ist mich gespannt, wie das in der Statistik aussieht. Ich war mir so sicher mit dem f***ing Spielstern, ne? Das war so klar als ich letzte Woche. Ich hab kein Geld, Alter. Oder zählen da Singleplayer-Games oft dazu? Was kommt denn jetzt? I am the Sup- Kann das noch langsamer gehen? Ja, ist klar, ey! Der ist ja letzter. Ist klar! Also das hast du echt nicht verdient. Du hast gar nichts Böses gemacht. Doch, ich hab dir den Stern am Ende geklaut. Wegen mir hast du verloren. Was? Armer Sup! Armer Sup! So warte, jetzt zeig mal die Statistik. Ist okay Spiel, ich hab's verstanden. Detailed Results. Game. Alter. Feet war richtig hart. So 30 Münzen? Ne, warte. 20 Münzen. Dann könnte es sein, dass da die Singleplayer-Spiele echt... Das ist ja das Game, ne? Dann könnte es echt sein, dass da die, ähm... Singleplayer-Spiele mit zu... Hö! Oh! Schau mal hier! Ja, ja. 3, 3, ja. Zwei Mal auf Chance. Puh! Ich bin zweimal auf Pause gewesen? Jeder auf Pause, Digga. Ich war einmal auf Pause. Ja, ist natürlich schade. Ja, okay. Aber wir kriegen jetzt ganz viel Money. Ja, okay, nicht wirklich. Mario Party 1 zählt nur das von den menschlichen Spielern, weil ich total bescheuert bin. Was? Ja. Ey, wie dumm. Hä, und was wird nicht mal ausgezahlt? Hä? Surrender sehen so krass daraus. Können ja mal gucken. Kannst ja mal gucken, wie es in der Bank aussieht. Wieso wurden die Sterne jetzt nicht in Geld ausgezahlt? Die Musik! SMG-Former wieder. Wie der guckt, Alter. Achso, das Spiel kann ich durchspielen, wenn ich 100 Sterne hab. Okay. Cool. Kannst du noch mehr Coinboxen? Ich geh mal in den Schäu. Guck mal in den Shop. Ja, der ist auch nice. Ach, es gibt... Ach, die Hidden Blocks muss man gucken. Guck mal hier, was da steht. Wanted Bowser. Das sind irgendwelche E-Stacks. Ja, kauf mal den Hidden Block. Nee, das ist nicht das Trash. Hö? Der Typ da macht entweder L oder R. This counts how many times you rotate the control stick. Okay. Wie viel du dir weh getan hast. Hö? Achso. Was heißt denn 10% Interest? Wahrscheinlich 10% mehr, aber kauf erstmal den Hidden Block. Was ist das für eine Musik? Puh. Nee, das... Das meinte ich nicht. Hä? Das hab ich auch noch nie gesehen. Top Investition. Ja, oder? Meine Prioritäten wurden gesetzt. Jetzt muss ich aber erstmal noch aktivieren in der Bank. Das ist so dumm. Ich muss erstmal zu dem Typen hingehen, dann macht er das auf. Und dann musst du erstmal aktivieren. Ich bin ein glücklicherer Tatsache. Ich bin eines 오늘. Ich bin ein glücklicherer Tatsache. Was ist es so dumm. Ja. Du bist du bist.